Die Ente und die Ziebitkatze Eine Ente suchte in einem kleinen Bach am Meer nach Putter. Das, was sie fing, Schnecken, Garnelen und Krabben, aß sie auf der Stille. Eine Ziebitkatze sah das und fragte, Wer sucht denn da nach Fischen? antwortete die Ente, ich, die Ente. Hier sind viele Schnecken und kleine Krabben. Da sagte die Katze, isst du das einfach so? antwortete die Ente, was ich fange, esse ich sofort. Nun sagte die Katze, ich nicht. Was nicht gewürzt und gebraten ist, kann ich nicht essen. Die Ente, die sich von der Ziebitkatze verspottet fühlte, wurde sehr verlegen und verließ schnell das Wasser. Weinend ging sie davon. Unterwegs traf sie eine Wachtel und die sprach zu ihr, Warum weinst du, Ente? Die Ente antwortete, Die Ziebitkatze hat mich verlacht und gemeint, ich sei ein ungehobeltes Tier. Als ich im Bach nach Futter suchte, sagte sie zu mir, isst du deine Beute einfach so? Und ich antwortete, was ich fange, esse ich sofort. Da hat sie mich verspottet und ein ungehobtes Tier genannt. Daraufhin sagte die Wachtel, Sei ruhig, Ente, und weine nicht. Wenn dich die Ziebitkatze wieder fragt, antwortete ihr, Wer isst rohes Geflügel mit Haut, Knochen und Federn? Es ist nicht nötig, dass du weinst, erwiderte ihr das einfach. Morgen suche wieder nach Fisch und hoffentlich kommt dann die Ziebitkatze zurück. Am nächsten Morgen ging die Ente Futter suchen und was sie fing, wie kleine Krabben, Garnelen und Schnecken, aß sie sogleich. Nicht lange und die Ziebitkatze kam wieder und sagte, Wer isst denn da Fisch? Und die Ente antwortete, Ich. Wie? Du verschlingst das einfach roh? Da antwortete die Ente, Das, was ich fange, esse ich einfach so. Da sagte die Katze, Ich nicht. Was nicht gebraten ist, esse ich nicht gerne. Da antwortete die Ente, Du Lügnerin, wer außer dir isst das Geflügel mit Knochen, Haut und allem Schmutz? Da sagte die Katze, Wer hat dir das erzählt? Und die Ente antwortete, Die Wachtel hat es mir erzählt. Du bist wirklich eine große Lügnerin. Da wurde die Ziebitkatze zornig auf die Wachtel und versuchte jeden Tag, ihr nachzustellen und sie zu töten. Doch die Wachtel hatte bereits bemerkt, dass die Ziebitkatze sie töten wollte und einen Stein dorthin gelegt, wo sie gewöhnlich zu schlafen pflegte. Von fern wollte sie zusehen, wie die Ziebitkatze sich näherte. Und tatsächlich erschien bald darauf die Ziebitkatze, um die Wachtel zu verspeisen. Doch als sie blindlings den Stein verschlucken wollte, in dem Glauben, es sei die Wachtel, brach sie sich zwei ihrer Zähne ab. Dann lief die Wachtel zur Reisfeldschlange, der Führerin der Tiere, um ihr den Vorfall zu berichten. Denn sie befürchtete im Stillen, jeden Tag von der Ziebitkatze verfolgt zu werden. Und sie erzählte ihr genau, wie die Katze in den Stein gebissen und sich dabei die Zähne abgebrochen hatte. Da gab die Reisfeldschlange bekannt, sie werde ein Fest veranstalten. Als alle ihre Freunde versammelt waren, sagte sie, Freunde, ich veranstalte ein Fest, aber das gewöhnliche Gemahlen. Ich werde das besondere Gamelan spielen lassen. Möget ihr, Brüder, Männer und Frauen euch freuen und zufrieden sein, denn ich will, dass ihr alle lacht. Wer aber nicht lacht, der soll bestraft werden. Dann bat die Reisfeldschlange, dass die Anwesenden schallend lachten und Männer und Frauen, große und kleine, alle lachten sie, mit Ausnahme der Ziebitkatze. Man fragte sie, warum sie nicht lache und die Ziebitkatze gab vor, nicht reden zu können. Doch die Anwesenden spotteten nur und am Ende wurde sie bestraft. Von nun an die Exkremente des Zwerghirschs im Wald zu suchen.